Wir haben hier vorgefunden einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Es war eingeklemmt eine Frau im PKW und drei verletzte Personen in den anderen PKW. Die eingeklemmte Person wurde von uns befreit, mithilfe auch von dem Rettungsdienst, die nach Erstversorgung dann mit uns zusammen die Person rausgeholt haben. Leider ist dann im Zuge dessen die Frau verstorben. Bei den anderen Personen wurde durch den Rettungsdienst die Maßnahme eingeleitet und sie sind dann zur weiteren Versorgung in die Krankenhäuser gebracht worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017